Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Apple-ID löschen könnt. Zunächst einmal geht ihr auf Safari, auf die Apple-Webseite. Dann drückt ihr auf Brauchst du Hilfe für einen Einkauf? Drückt ihr auf Frag einen Spezialist? Dann werdet ihr auf die Seite hier weitergeleitet. Ihr könnt dann entweder hier online chatten oder online anrufen und könnt dann eben einmal darum bitten, eure Apple-ID löschen zu lassen. Mit ein paar Sicherheitsfragen wird das danach auch getan. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und würde mich über ein like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.